Dieses Video ist meine ganz, ganz persönliche Meinung und spiegelt nur das wider, was ich persönlich bevorzugt praktiziere und wie ich letzten Endes meine Waffen schmiere oder gegebenenfalls fette. Auch wenn jetzt hier verschiedene Herstellerprodukte durchaus Erwähnung finden, geht es hier jetzt nicht darum, ein tatsächliches Produkt hervorzuheben oder nicht. Am Ende ist es immer eure eigene Entscheidung, welche Produkte ihr verwenden wollt. Jede Waffe hat andere Eigenschaften. Wir haben hier zum Beispiel Klassiker-Polymerwaffe, bestehen aus einem Kunststoff- und einem Metallbauteil, sprich dem Schlitten und dem Griffstück. Wir haben aber auch, wie jetzt hier an meiner alten CZ-75, das Thema Stahl. Stahl hat immer aufgrund von Gießen, Fräsen, was auch immer, Unebenheiten innerhalb der Struktur, auf den Oberflächen. Damit, auch wenn es sich so anfühlt, es ist nie 100% glatt. Um diese Unebenheiten etwas auszugleichen, verwendet man ja auch Fette. Diese setzen sich in diese kleinen Unebenheiten rein und sorgen so für eine bessere Gleiteigenschaft. Ich persönlich nenne es Gleiteigenschaften, der Ingenieur nennt das vielleicht anders. Druckbeständigkeit, was auch immer. Es gibt ja draußen einen kleinen Krieg zwischen PTFE, sprich Teflon, und Keramik. Ich möchte nicht auf diese chemischen Verbindungen eingehen, weil mir ist das echt zu müßig. Und um es auf einen Punkt zu bringen, ich bin kein Physiker, ich bin kein Chemiker, ich bin kein Biologe. Das heißt, solche Sachen tangieren mich letzten Endes etwas weniger. Mir geht es letzten Endes darum, wie verhält sich das Material jeweils auf der Waffe. Wann setze ich denn welches Schmiermittel überhaupt ein. Ein weiterer Aspekt, der bei so etwas immer mit einer Rolle spielen kann, muss nicht, das liegt immer an euch selber, am Individuum, ist natürlich auch der Punkt des Preises. Ich werde aber auch nicht jetzt hier auf irgendwelche Preise groß eingehen. Ich möchte nur ganz kurz ein paar Sachen mit erwähnen. Wir haben hier zum Beispiel von der Firma Ostermayer Jagd, darüber hatte ich ja bereits Videos gemacht. Einmal hier das Premium Waffenfett und einmal hier das Waffenschmieröl. Beides ist auf Keramikbasis, das heißt, es sind Mikrokeramikteilchen, die wie eine Art Kugellager sich verhalten und damit eine wesentlich bessere Gleitfähigkeit. Wir haben hier von der Firma Schleteck einmal das Sniper Grease und einmal auch hier das 2-in-1 Gun Tuningöl. Auch hier handelt es sich um ein Keramiköl mit PTFE, was hier nicht der Fall ist bei der Ostermayer Jagd. Hier befindet sich aber das PTFE in den Keramikteilchen drin. Deshalb dieses Thema der Hitzebeständigkeit und, 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 ist für mich in dem Moment eher sekundär zu betrachten. Wo sieht man denn jetzt zum Beispiel Vor- und Nachteile? Dieses Sniper Grease von der Firma Schleteck zum Beispiel ist ein Waffenfett, ein weißes Waffenfett, wie man jetzt hier sieht, ich mache mal ein bisschen auf den Finger, das ist ein weißes Fett, nahezu unsichtbar, wenn man es verreibt, geruchsneutral und ist extra für die Verbindung von Kunststoff und Metall hergestellt worden. Das heißt, es ist tatsächlich für die Verwendung auf modernen Materialien wie die Polymerwaffen ausgelegt, genauso auch militärische Waffen, die eben auch sehr, sehr häufig viele Kunststoffteile aufgrund der Gewichtsersparnis dran haben. Wir haben hier zum Beispiel auch das 2 in 1 Gun Tuning Öl mit dem hier in einem Kleinstgebinde mit einem Punktapplikator, damit ich damit auch vernünftig in die entsprechenden Führungsnoten des Schlittens reinkomme. Funktioniert tadellos, ist ein super Zeug, ich verwende das sehr, sehr gerne. Wir haben hier jetzt zum Beispiel von der Firma Ostermeyer Jagd das Keramikfett, funktioniert auch hervorragend, hat eine sehr, sehr gute Gleiteigenschaft. Ich habe das auf meiner 08 drauf gemacht, funktioniert tadellos, ist ein sehr schönes Fett, hat sehr, sehr gute Gleiteigenschaften. Es ist aber hier in dieser Dose zum Beispiel für mich, ja, ich muss halt wieder anfangen mit Pinseln zu arbeiten und so weiter. Das ist kein Hindernis, wer das machen will, kann es gerne tun, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber ich sage mal, hiermit bin ich mit einem solchen Spender bin ich zum Beispiel draußen im Feld, wenn ich auf einem Wettkampf bin oder wie auch immer vielleicht ein bisschen besser bedient. Wir haben hier beim Ostermeyer Jagd diese schöne Alu-Dose, finde ich sehr schick, ist ziemlich robust, mit einer Pipette. Buschen schütteln. Und dann haben wir die milchig wirkende Flüssigkeit, sprich das Keramikfett. Lässt sich hier mit der Pipette auch vernünftig auftragen, wenn auch wie in dem Video erwähnt, vielleicht ein bisschen, ja, nicht verschwenderisch, aber ein bisschen zu grob. Doch, ich habe hier die Möglichkeit, zum Beispiel jetzt hier mit diesem Applikator, sehr, sehr punktuell sehr kleine Tropfen durch ganz leichtes Drücken, ohne dass mir irgendetwas davonläuft, aufzutragen. Finde ich persönlich in der Haptik, und das spielt für mich halt bei allen Produkten, die ich verwende, auch eine sehr, sehr große Rolle. Auch gibt es ja von der Firma Schleteck diese Möglichkeit mit dem Precision Pen. Den hatte ich ja ebenfalls schon mal vorgestellt, wo ich dann einfach hier diesen Applikatorstift habe. Sieht aus wie ein Kugelschreiber, ist hier mit O-Ring und so weiter gesichert. Und dann kann ich hier per Knopfdruck, kann ich das Öl raus träufeln lassen. Ist auch eine sehr schöne Sache, ist wunderbar für unterwegs. Ich habe keine Schweinerei und alles ist gut. Wie gesagt, ich persönlich habe hier bei keinem der Produkte wirkliche Präferenzen, was die Schmierfähigkeit, Gleitfähigkeit und so weiter angeht. Jedes Material hat seine Vor- und seine Nachteile. Fette sehe ich persönlich aus meiner ganz persönlichen Meinung heraus primär in dem Bereich der Langwaffen, wo ich mit einem geradlinigen Verschluss arbeite. Da sehe ich das tatsächlich als eine sehr, sehr gute Option, den Verschlussbolzen zum Beispiel tatsächlich gut zu fetten, damit er möglichst leichtgängig und einfach sich bewegen lässt. Vielleicht auch bei der Vorderschaft Repetierflinte. Das muss ich auch nochmal testen. Oder vielleicht bei meinem Unterhebler, um da einfach den Verschluss besser gleiten zu lassen, als jetzt mit einem Öl. Egal welches. Deshalb, probiert das Material einfach mal selber aus. Ja, es kostet ein paar Taler, aber probiert das Material aus und findet für euch selber heraus, was für euch am besten geeignet ist. Jedes dieser Produkte ist hervorragend für das, wofür es verwendet wird und das, wofür es gedacht wird. Es sind Markenprodukte und das darf man in der Form nie vergessen. Und wie gesagt, wenn jemand eine 3000 Euro Kanone hat, der hat dann im Regelfall auch kein Problem damit hinzugehen, nur zu sagen, ich nehme für 23 Euro eine Dose Fett. Wer eine Glock hat, der nimmt dann vielleicht doch eher, oder eine andere Polymer, der nimmt dann vielleicht doch eher das etwas günstigere Fett. Das ist jedem selbst überlassen. Ich bin von allen Produkten, die ich bislang hier vorgestellt habe, sonst würde ich sie euch nicht vorstellen, überzeugt. Und ich kann sie jedem immer wieder empfehlen. Und nur darauf kommt es tatsächlich an. Ich kann tatsächlich nur wiederholen, ich bin weder Physiker, noch bin ich Chemiker, noch bin ich Biologe. Ich bin auch kein Ingenieur. Das bedeutet, ich kann euch tatsächlich nicht wirklich schlüssig bestätigen, was die Hersteller mir über die Eigenschaften und die Komponenten und die Wirkungsweise vorgehen. Deshalb bin ich, wenn ein Hersteller an mich herantritt, nicht der Mensch, der nach dem Mund des Herstellers redet. Ich versuche, meine individuellen, eigenen Eindrücke dieser Produkte wiederzugeben. Und wenn ich ein Produkt gut finde, sage ich es in den Videos. Und wenn ich ein Produkt weniger gut finde oder Defizite eines Produktes finde, sage ich das auch. In diesem Sinn, wie gesagt, probiert die Produkte einfach mal aus. Schleteck könnt ihr direkt bei Schleteck.de bestellen. Link habe ich, glaube ich, unten schon gepostet. Wenn nicht, poste ich ihn gleich rein. Und Osamaya Jagd, auch ein hervorragendes Produkt, könnt ihr über Amazon bestellen. Links findet ihr unten in der Videodescription. In diesem Sinn, auch wenn es jetzt einfach nur hier das Zeug gelegen hat, mal vielleicht ein etwas anders geartetes Video für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal.